Katalog Nummer 11, Locker 11, CNN, Miss Hawaii, Overbay, der Vater, und sie kommt aus der ganz bekannten E-Leute-Familie aus Nordamerika. 153 ELZG, 23, 22 GTPI. Die Mutter, eine Oberst, eine wenige Kräfte, die sie wollen, in Europa, der nicht qualifiziert hat mit seinem Sperma. 85.2 eingestuft, Sie sehen das Foto einer Superkuh, extreme Inhaltsschirm bereits im ersten Drittel ihrer Laktation und es ist so viel gesprochen worden über die nächsten Generationen, Goldman Echo und E-Roy selbst. Es gibt so viele herausragend genomisch testende Nachkommen in aller Welt aus dieser Kuh-Familie, eine der sichersten und komplettesten Familien seit dem Zeitalter der genomischen Selektion und wie gesagt, 153 ELZG, über 2300 GTPI. This Overbay, Lottner 11, 153, 23, 22 GTPI. The Mother, an 85.2-year-old by Roadbus, high production already in the first third of her Laktation, tremendous components, especially Protein, going back to Goldman Echo, 88, 2-year-old, and then E-Roy herself. Tremendous Kuh-Familie, lots of high, genomic descendants in the whole world, 153, 23, 22, Overbay from a Roadbus. Mit Katalog Nummer 11 ist CNN Miss Hawaii hier zu uns gekommen. Ein ganz junges Kalb mit glasklaren Fundamenten, super sauber, klar kommt sie hier hochgelaufen. Noch ein bisschen schwer, neben dem zu. Aber sonst ist es eine Granate, hitzig in ihrer Fundamente, unheimlich der Räti und sie ist so interessant, so ist es ein Unikat, weil der Bulle selbst ja gar nicht zugelassen ist für Europa. Deswegen alleine schon, wir suchen ja was Besonderes und das könnte es sein, diese Dame hier rechts von mir. Auf geht's meine Damen und Herren. Mit einem Boden mit 2.000. 2.000 zuerst. Und 200 hier, 500 da. Und 2.500 am hier rechts. Und 2.500 einmal. Und 2.800 hier. Und 2.800. Und 2.800. Und 2.800. Und 3.000. Und 3.000 hier rechts. Und 3.000 am hier rechts hinten. Und 3.000 zum 2.000. Und 3.000. Und 3.000 zum 1.000. Und 3.000 zum 2.000. Und 3.000. 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 Zweimal um. Jetzt sind wir kurz um Ziele, meine Damen und Herren. Dreieinhalb rechts oben. Und dreieinhalb zum ersten. Und dreieinhalb zum zweiten. Und dreieinhalb zum zweiten. Und dreieinhalb zum allerletzten. Dreieinhalb rechts oben an der Treppe.